LLF Was macht das, wenn sie mich so richtig schön ausheben? Was du alles magst? Oh, wir haben immer den Überhang in die eine Richtung. Ja, super! Hoffentlich wird's heftig. Oh Gott! Ich denke immer nur an Cyberspace. Oh, das beste Fallgeschirm war immer so jemand. Das Teil war krank. Hallo Topspin! Vollgas! Hui! Haben wir gleich Vollgas, oder? Ja, klar! Ja! Oh nein! Nein! Oh mein Gott! Hahaha! Guter Scheiß! No, nein! Hahaha! 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 Ja, nie! Hahaha! 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 Ahhhh! Ufff! Ahhhh! No, nein! Ahhhh! Ahhhhh! Das war saugeil. Was stand da für Fahrgeschäfte? Der Racer stand früher immer auf der linken Seite. Das ist direkt gegen Grünner. Ja, Grünner ist er dagegen. Das war beim Cyberspace immer so geil. Der Cyberspace ist das härteste Fahrgeschäft, was ich je gefahren bin. Seitdem ist da nichts mehr herangekommen. Ja, das war auch das einzige Fahrgeschäft, wo ich kurz vor der Brustlosigkeit stand. Ich bin den oft dreimal hintereinander gefahren, weil ich den so geil fand. Cyberspace? Den weiß ich nicht. Ich kann mich an den Namen vom Fahrgeschäft erinnern. In Regensburg war ja auch super hier. Circus Circus war ja da. Hat ja keiner gemerkt, dass es nicht der Magic ist. Ja, keine Sorge. Das ist Magic. Ganz anderes Ding, aber... Ich weiß nicht, ob ein Stromausfall war, die da oben fest gesessen sind. Oh Gott. Vorgestern war der Stromausfall bei Herrn. Echt? Ja. Da ist auf einmal ganz langsam losgegangen. Oh, der Strom ist weg. Im Apollo 13 hatte ich auch mal auspendeln. Ist er da rausgekauen und dann ist er da. Ja. 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 Hallo. Das dauert schon über drei Voll. Ja. Was belehren die denn in so einem Topf, denn so schlimm ist es jetzt auch nicht. Geht schon wieder los, Adelian. Oh, hier oben ist immer noch so warm, ey. Es drückt halt richtig runter. Ja, was dann? Hier bin ich soweit. Es dringt hin, es sind auch die Achtung des Meisters, das habe ich noch gar nicht gesehen. Der Frisbee? Ja. Ich hätte das ja voll übersehen. Aber ich glaube Frisbee, da wird mir richtig schlecht. Ja, gleich Vollgas, oder? Ja. Ja, natürlich. Alter, Alter! Oh mein Gott. Das war ekelhaft. Das war super. Nochmal! Jetzt drückt mir wieder... Ohhhh! Ohhhh! Junge, wie lang! Oh! Mega meine Füße! Neue Reise! So, da sind wir wieder. Zeit gegrüßt, ihr Freitepacken, Kiebes, Freunde. Die Zeit gegrüßt, ihr Freitepacken, Kiebes, Freunde.